Ich war bei Malta. Ich sagte, wo ist Junior? Aber du warst ja hier. Ja, kommt noch lange wieder. Wann war das? Ja. Was hat er gemacht? Ich kam. Irgendwo kam. Warte, warte. Ah, da wurden die Bullen hergefahren. Ah, da wurden die Bullen hergefahren. Da bin ich schnell bei euch raufgefahren. Und da bin ich schnell bei euch raufgefahren. Und da bin ich schnell bei euch raufgefahren. Und da ist er da. Ja, und der Alte sagt, ja, der ist auch schon. Die kreisen hier den ganzen Tag schon. War das Silvester? Ja, Silvester. Ja. Aber ich sag mal, ich hab ja da viele bei mir. Silvester. Fahr da hin und auf, weich mit dem Auto. Und dann nachmittags zurück. Von Hilmar bis zum Auto. Hilmar war nicht da. So, da hinten her. Die Bullen hinterher. Zwei Stück oder drei. Dann ging es ja mal schnell. Wir felsiv. Ja. Ich kriege der Böschen vielleicht schon geblieben. Wegen der Baunebahn. Wir befohlen das. Wenn dann so. Ja. Was kannst du? Ja. Ja, ich frage. Ja. Pferde! Ich habe es besser gemacht, aber ich habe es auch immer wieder. Aber ich habe es auch mehr zu. Ja. Sehr, sehr gut. Dazu, wo es heute wieder geht. Okay, dann wendetler. Mahlst du nicht. Jahlst du nicht. Vielen Dank.